Wer bin ich jetzt? Ulgrim! Ja geil, Ulgrim gegen Ulgrim gegen Ulgrim? Na, kein viel. Ich gelb. Ich gelb, Alter. Ich gelb. Wo bin ich? Ich gelb. Ah, Mietekatze haben wir auch wieder am Start. Ah, und diese, nicht nur die Mietekatze, sondern auch noch. Ach, daneben. Alter, was? Nee, ich lass dich. Nicht? So. Was? Ich hab nur grad gesehen, dass du aufgeladen hast. Von daher schnell in die andere Richtung flüchten. Aua. Alter. Hä? Der stand nur da und hat gewartet quasi. Ja. Nice. Ah, verdammt. Baaam. Nice. Wer? Echt? Jetzt offensichtlich ein Bot. Oh. Ah. Jetzt muss ich mal... Ich hab keinen Plan. Dankeschön. Nein. Geil. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie du heißt. Ah, ich hab keinen Plan. Tut mir leid. Nein, äh, geil. Ja, danke für den... Follow. Alter. Ja. Jörg. Ach. Geh halt weg. Geh halt irgendwo anders hin, du. Ach. Er lässt mich aber auch nicht in Ruhe, ne? Ah. Ah. Hey, hey. Ein bisschen, ein bisschen schwierig, bei so einem Spiel den Chat noch aktiv mitzulesen. Alles klar bei dir? Wie geht's dir? Wo kommst du her? Ah, ich... Aua, Katze. Ah. Huch. Tschüss. Entschuldigung. Das war... Das war... Das war einfach... Hau ab. Geh auf eine andere Seite. Geh auf eine andere Seite. Aua, aua. Aus Luxemburg? Ja, geil. Das ist mal, äh, eine Ecke, in der ich einmal... Ich glaube, einmal bin ich durchgefahren. Aua, aah. Als ob ich jetzt auch schon wieder nur auf dich ziele, ne? Oh, schöner Move. Schöner Move. Geil. Sehr geil. Aus Luxemburg. Krass. Ja, nicht, nicht, nicht besonders groß die Ecke, ne? Ich glaube, Luxemburg ist eins der Länder, da kann man sogar fast mit dem Fahrrad einmal rum... Nein. So klein ist es nicht. Da braucht man, glaube ich, schon deutlich länger. Ich... Ich weiß es gar nicht. Du, warst du? Du brauchst gleich länger, ja. Ja, ich brauch definitiv länger. Gerade ich. Ich bin ja mal überlegen, ob wir gleich mal, gleich mal einfach einen Raum aufmachen. Normal. Und nicht hier immer diese... Da habe ich hier... Den Sensen, Mann. Ah. Den kenne ich so gar nicht. Hatten der... Was hat denn der noch? Wenn ich den wegwerfe, dann hat der bestimmt... Ja, die knarren. Okay. Ah, ist klar. Ich bin nix. 54 Kilometer breite und 82 Kilometer Länge. Doch. Das würde sogar... Also die 54 Kilometer würde ich mit dem Fahrrad auch noch schaffen. Die 84... Müsste ich vielleicht ein bisschen im Training sein. Sagen wir es mal so. Was ich nie bin. Du bist schon wieder Ulgrim, kann das sein? Nein. Nein. Du spielst doch nicht dauerhaft Ulgrim. Wie komme ich denn auf den schmalen Trichter? Alter. Ach, zu früh. Ach, zu früh. Himmel. Nein, nicht zu früh. Hast wieder getroffen. Echt? Nein! 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 Warum? Ich wollte doch nur... Aua! Aua! Echt jetzt? Achso. Aua! Haust du ab! Ah, ich spring auch noch genau rein, ne? So. Boah, was! Aua! 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 Kann ich jetzt mal hier... Irgendwie... Lass es doch mal! Was ist denn? Was ist denn? Du läufst gerade warm? Du läufst gerade warm? Du läufst gerade heiß! Kann das sein? Äh... Hä? Ich glaube da ist einer disconnected. Wunderweil. Wunderweil. Aua! Aua! Ok... Ok, mit dem Angriff komme ich so noch nicht klar. nice swifty boy dankeschön heute geht es ja richtig ab mensch wir sollten öfter brawl spielen das scheint es versucht erst gar nicht aber wie geht es dir wo kommst du her lässt du mich mal wenigstens so waffe aufnehmen ich unterhalte mich hier gerade so frech ist das auch was ist hier mit der sense komme ich ja so gar nicht klar ich muss die nein nein also ich sag mal so mit dem fahrrad reichweite also 60 kilometer ist durchaus machbar dass das kriege ich noch hin dass das mit der durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km h die nicht zu schnell ist die ist ja noch nicht angenehm das denke ich klingt noch realistisch hast du gerade mit deinem stöckchen nach mir geworfen die zweite waffe zu klauen die daneben stand ja nice das war gut komm hier wir machen jetzt mal das war das erste mal dass ich mit dem gespielt habe wie man sieht das erste mal kommen wir machen wir machen mal kostet koschen rum koschen rum koschen rum public rum mama max player auf maximum spaß auf 8 und wir machen mal hier mal strikeout strikeout finde ich lustig drei lebens in ordnung das werden wir herausfinden ich mag ich mag ich habe ich die farbe noch ändern nein darf ich nicht wieso ich ach so war ich irritiert jang hansen okay der raum fühlt sich schnell nicht schlecht da muss ich schon muss schon an hier aber jetzt weiß ich komme ich nicht drauf wie heißen denn die ok ich sollte mal den raum vielleicht wieder auf auf fünf machen das wird sonst zu voll ich mache auch mal das fenster zu und dann weiß ich auch wie es heißt rick and morty get swifty come on get swifty geil 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 rick and morty richtig geil kann ich jedem empfehlen jedem über 16 glaube ich kommt schon wie schwer ist es es tut mir leid du brauchst ein bisschen zu lange wir wollen ja hier nicht einfach nur dumm rumsitzen wir wollen uns ja aufs maul hauen da das des königs ja da das des königs warte mal das bin ich nein ach so nee ich dachte hier der charakter heißt so aber weiß ja gar nicht aber aber wer ist was was ist denn das Oh wow! Oh wow! Oh wow! es ist schon wieder eine katze macht die katze nicht da wirft ihm ja einfach eine bombe an den kopf bist du auch eine katze hast du mich gerade rausgehauen nein sagt er es ist bestimmt lüge und wieso ist schon wieder die maus in meinem das ist doch schon wieder das war der grüne hat ja immer noch drei leben das geht so nicht können wir jetzt mal endlich den grünen hier rauskicken das ist ja was das ist ich habe kein plan tschüss tschuldigung könntest du was ist das für ein cowgirl ihr macht das schon ihr macht das super guck mal einer ist schon weg ja ich komme hier das von hier hinten jetzt rüft die jetzt rüft die ich hab ein bisschen ja ist ja gut hast du gerade mit einer bombe nach mir geworfen ach verdammt und dann verfehle ich auch noch ist das wieder ist das immer noch ich habe keinen plan ja ne jetzt hat er diskonnectet okay alles klar jetzt habe ich einfach durch ihn durch schießen kann alter jetzt so pass auf jetzt kriegst du jetzt kriegst du hier volles fund volles fund kriegst du jetzt natürlich alter ja lass mich halt ich krieg das hin dann aua 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 aata Alter, was für ein Affentanz, echt? Mann, Alter, so, was hat das mit Feige zu tun, was hat denn das mit Feige zu tun, so aber Young Hansen ist das bei mir, Young Hansen 7, woher weißt du das, das hat er im Chat geschrieben, in dem Game Chat, oh, oh, achso, ja, dann kann ich auch lange nachsuchen, ich glaube der Game Chat ist bei mir ausgeblendet, ja, ich kann auch nicht mit dem dritten gespielt, ja, das macht nichts, äh, wir sind auch eher so blutige Anfänger, äh, warte mal, warte, 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 ich mach jetzt mal einfach, äh, ich mach jetzt, ja, 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 Chattings, ernsthaft, oh nein, jetzt bist du, jetzt bist du der Leader vom, kannst du mich wieder, ach, ist ja auch egal, oh, äh, äh, jetzt spielen wir gerade Halloween, wie auch immer das, was, ja, gut, jetzt, ja, alles klar, gut, ja, komm, wir machen das einfach, wir machen das einfach so, können wir in der nächsten Runde die Lobby nochmal neu starten so, mal gucken, random, 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 was, was spielen wir jetzt, was, was, switching, nein, ernsthaft, und ich hab natürlich die Katze, hä, und nicht nur das, siehst du was, siehst du was, was, ist das denn für ein Modus, wie geil ist das denn bitte, die eine Katze ist eigentlich ein Ulgrim, ja, das bin ich, okay, ich bin eigentlich so ein komischer, äh, ich bin kein Ulgrim, Schwanz bin ich hier, ja, dieser, ja, ja, der, Aua, weil Ulgrim hat nicht den Hammer, hat er nicht, nee, der hat die Axt, ne, stimmt, wahrscheinlich ein Mikro, allen Waffen, ne, ist es, weil, jetzt habe ich nicht nur den Hammer, ah, alles klar, wie geil ist das denn bitte, oh, wie gut ist dieser Modus, Aua, Bäm, tschüss, tschuldigung, was, ich bin die Katze mit den Steinenfingern, achso, hä, ach da, oh, wie geil sieht das denn aus, Alter, so, und wer hat schon wieder Disconnected, ja, ja, der bleibt, Oh, wow, Oh, wow, okay, Wie, wie, wie er einfach da stand und wieder nichts getan hat, Hör, 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 nein, nein, ich habe mich gehauen, na, warte, Katzenfinger, was ist das denn hier, Bäm, oh, gar nicht so schlecht, Alter, was ist das denn, okay, aber jetzt hast du Ulgrims Axt, Bäm, oh, ho, 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 Entschuldigung, hier, die Stelle ist auf jeden Fall doof, weil, Aua Alter Aua Ach komm Gehst du weg Alter Wie er einfach wild auf die Leute einprügelt Wir sind ein friedfertiges Volk Und er Aua 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 Boink 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 Bam 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 Aua Alter Nice Dankeschön Dancefloor Abing and the dancefloor Was Mieze Katze Mieze Katze Bam Ja geil War schon wieder Waren schon wieder wir beide Merkst du Wir sind halt die besten Ich hab keinen Plan Wie wir das machen Aber Merkst du Wortschritt So das erste Mal mit der Katze Äh Ja Mieze Katze Mieze Katze Dan